Was ist für die Ausbildung für die Unternehmen? Für die Unternehmen ist die Ausbildung immer schon sehr wichtig gewesen. Und da wir in vielen Zeiten Facharbeitermangel haben, und wir gehen davon aus, dass wir auch nach der Pandemie sofort wieder Facharbeitermangel haben, ist es für die Unternehmen das Wichtigste, gute Auszubildende zu finden. Für die Auszubildenden ist eine solide Ausbildung die Grundlage für ihren weiteren Berufsweg natürlich und auch um an Wohlstand zu kommen. Insofern bieten wir viele Ausplätze an, steigend in den letzten Jahren und bedauern allerdings sehr, dass die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in der letzten Zeit zurückgegangen ist. Deswegen bitten wir alle jungen Menschen, denken Sie daran, denken Sie an Ihre Zukunft, denken Sie an eine solide Ausbildung. Bei uns in der Industrie werden Sie sie finden.